Hörgeln Oh, oh, oh Wollen wir auf den Schirnstein gehen, Ray? Ich spotte mit dem Rangefinder Dann geh ich da mit dir rum Aber ich sag euch, dass die doofen sind, dass der Smartschutzverein Ja, du hast ja keine Sniper Aber wollen wir trotzdem auf irgendein Dach gehen? Aufs Dach würd ich schon gehen Nee, ich geh keine Leiter, ich bin tot Ihr geht gerade Richtung Industriegebiet, ne? Ja, ja, wollt man eigentlich Wo wollen wir denn hin, Ray? Sonst lass mal hier in die Scheune gucken, dass er auch aufbricht Ray Ray Über einen, aber wo keine Leiter ist Ja, dann sag mal an Bist du der Ray aus der Haribo-Werbung? Ja Ich bin gerade nur mal stehen geblieben Ray? Wo ist eigentlich Ray? Ray? Keine Ahnung War auch der falsche, wo bist du, Ray? Wir brauchen verschiedene Armbänder Und dann so Farbe zu Typ zugeordnet Ja Ich bin pink Ich bin pink Ich hab gesagt, ich will pink Ich bin blau Babyblau Ich möchte bitte schwarz Ist ja aber nicht schwer Man muss ja nur Beeren in so'n blödes Fass packen Und die Bände da rein Und dann erfährt man sich den Scheiß Oh ich hab' Ihr könnt ja mal die Spottingplätze hier belegen Ich trink erstmal was Ich geh auch eine rauchen Ich geh auch eine rauchen Ich bin hier am Boden, du Nappel Ich geh kurz zu meiner rauchen Ich geh kurz zu meiner rauchen Müsi im Steinhaus Was? Hast du ein Nassmann gesehen? Ne, ich bin... Ah ja, das war der Schutzstein, oder? Ja, ich bin auf dem Dach Gelandet Gelernt 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 Oh ja, hier sind Äpfel, sehr gut, sehr gut, sehr gut Äh, wo? Näh, hier am Boden sind zwei Äpfelbombe Ah, okay Näh, näh Ich brauche nämlich auch Der Hund, ey, war'n sie Ich geh'n Busy in Richtung Militär Base Schreck mich da an drei Wische Ah, der Server ist ein bisschen laggy, ne? Du siehst ja die Wache aus, ey Dezent, jo Du bist ja das alles aufnimmt, was du dann... Hast und... Mhm Mein Fleisch wird langsam gammelig, Happy Wir müssen mal Ja, mach' mal Feuerchen, ne? Ich hab' noch AK-Money gefunden, ne? Irgendeiner hatte doch AK von euch, oder? Ja, ich hab'ne AK Äh, hier liegen zwei Päckchen, zwei Tue am Polizeiauto Tue? Tue? Mach' doch mal auf Nö, da hab' ich Papier Jetzt geschlossen doch Ja, also wie gesagt, normalerweise funktioniert das, wenn du unten in der Taskleiste deine Waffen hast und sie anklickst, automatisch und reibungslos, aber hier nicht, ne? Äh, ich hab' mir das eh abgewöhnt mittlerweile Siehst du alles immer nur in die Hände, oder? Ja, weil nach Neemi Reloggen, äh, spinnt meine Taskleiste hier rum Ja, das hab' ich irgendwie auch So, der Mann mit der AK-Munition, wo war der denn? Mit der AK-Munition, äh, am Polizeiauto Auf der Haupt-, auf der Hauptstraße Siehst du? Ja, ja, ja Auf dem Auto Einmal auf dem Dach und einmal, glaub' ich, Kofferraum Seid ihr? Oh, sehr gut Wie wo? Drinne Was? Also seid ihr nicht mehr im Industriegelände? Doch Doch Ich bin am Brunnen, Manni Genau, falls wir uns verlieren, alle am Brunnen Ja, ich seh' einen jetzt im Brunnen laufen Ich kann QE nicht mehr benutzen Heute spielen Wer pflückt denn hier Äpfel? Sagt mal, seid ihr krank? Das ist ein Fünfziger, selber Lauf auf die ganze Zeit Ja, ihr macht doch Ihr macht doch nichts Ihr macht doch die Plankenschutzwohnen Ja, du, hallo? Gar kein Stress Echt? Nein, seid ihr krank? Wie viel Zeit muss sein? Ja Von Apfel muss Zeit sein, also Also, hallo Kinder, isst mal lieber, was gesund ist Äh, hier ist jemand mit T-Shirt Was? Ja, dann erschieß ihn Ruhm mit Fäusten Ruhm mit Fäusten Ruhm mit Fäusten Erschieß ihn Nein, das bin ich Ich hab kein T-Shirt, das ist eine TSKO-Tracket Aber du hast die Arme frei Ja, na und? Du hast die Arme frei Wieso hast du nicht so viele Waffen, dass du nur mit vollen Händen durch die Gegend kommst Ja eben Bloß, weil ich Äpfel sammle Ja Ich sammel mir Äpfel Was ist los mit dir? Du bist auf dem Dach und bist aufgeregt wie sonst nicht Ruhm mit Fäusten Ruhm mit Fäusten Oh mein Herz Ruhm mit Fäusten Ruhm mit Fäusten Oh, die Eingeweide sind kalt Wie die da sitzen, ne? Mit ihrem Arsch auf meinem Schoß und die Komm, den lieben, wir machen mal ein Selfie Ein Selfie? Da ist der Ich will nicht lecken. Ey! Wir haben alles voll von Spielern und jetzt... Ach da, ihr habt Tarnungen. Nein! Und wie nicht lecken? Nein! Was machst du mit deinem Hund? So viel zum T-Shirt, ne? Ja. Ist klar. Oh, hab ich geslided. Ja. Ich bin keine Äpfel mehr. Nö, ich bin auch gerade nicht so äpfelig. Ich hab gerade mal zwei gefunden. Ja, ich auch. Sowas leid ich immer noch? Okay. Abby haue ich gleich wieder mit der Rude, ja. Das klatscht immer so. Da ist einer auf dem gegenüberliegenden Dach. Liegt da. Kann ich den erschießen? Ja. Der guckt gerade Richtung Erfield mit dem ballistischen Helm. Ich schieße jetzt, okay? Nein! Wanny, sag was! Ach so, du bist der ở... Yo, yoo, yoo, yew, yoo... Warum's spornt ja auf den Dächern nichts mehr? Meine Bormelvieh. Seit Evanny hochgegrabbelt ist... Knurpes Maul. Kleine, was? Kleine Pummelfee? Redest du mit mir? Sag mal. Alter, wir sind auf dem 50-Mann-Server, weißt du? Und wir labern nur Scheiße. Ist okay, ist okay. Finde ich gut. Joseph, du bist auch meine Pummelfee. Okay. Schlabberschlitz, wo bist du? Schlabberschlitz, ich bin Richtung Wybor raus. Vor allen Dingen, Vanessa redet los. Schlabberschlitz, wo bist du? Ja, richtig, richtig klasse. Classic. Boah, nicht zu kieren, bitte. Warum slidest du so um, Happy? Das sieht doof aus. Du minderst meinen Spielspaß. Ich bin halt ein bisschen glitchy. Ich bleib dann bei den anderen hier. Rund, ne? Ja, ich guck mir grad mal Wybor an. Es scheint ja hier einfach nix los zu sein, dass da was er tot. Echt? Zwei Leute laufen nach Wybor rein? Ja, genau. Der eine rutscht eher aus seinen schleimigen Füßen, ne? Der andere geht, ja. Das ist richtig. Ihr geht ja ganz normal, ne? Ja, ja. Na komm, ein cooles muss sein, oder? Wowie. Das kam vom Dach, ne? Ja. Aber einer läuft schon mal. Einen hab ich erschrecken können. Hehehe. 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 Riff dich nicht. AK mit Silencer. Dümme ist bei der scheiß Blaze, muss ich jetzt mal wieder nachladen. Oh, er ist zu behindert, ne Leinplacke zu überall. Claire dann, du. Boah. Digga, ist 10 niger, du. Oh, da ist noch ein Apfelbaum. Vielleicht ist der erfolgreicher. Ja. Deswegen bin ich auf den... Ich hab mit dem Schiss jetzt mal jemanden angelockt, ja. Ich hab gar nichts gehört. Warte mal, das noch ein paar andere ist. Wird da was besseres? Was ist mit der dich... Mit Rot um... Mit Rot um... Was? Du hast dich bei der Waffe da, Debbie. Hehehe. Aber ich kann... Hier. Hier. Der Server ist doch voll verbuggt, man. Der ist doch kacke. Ja. Wahrscheinlich kann Daisy einfach mit so vielen Spielern nicht um mehr. Mit so vielen guten Spielern nicht umgehen, ne? Ja. Vor allem ich. Mit mir nicht umgehen. Wie viel sind denn das? Wir sind doch überpunfts. Ah, wie lieb es nicht. Angeblich sollen es 50 sein, nur. Maximal. Komm mit 10 mal. Ich hab eh Zeit. Kelly kommt mit 10. 2. 2. 3. 3. 4. 6. Lili, hör auf. Ich muss scrollen, wie mein das ist. Den Namen merken. 143. 17. 143. 158. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich hab nicht erzählt. Scheiße. Also es sind jetzt maximal 49, weil einer runtergeflogen ist. Alter, was knutschen du hier im TS rum, während wir hier irgendwelche Zombies jagen, beziehungsweise Zombiespieler. Hier sind ja keine, ich halte dir die Ohren auf. Das ist ja gruselig, während des Knutschens Augen aufhalten. Klappe, Klappe. Klappe, Papa. Man hört ihn sowieso nicht. Wie gesagt, er ist grad durchs Wohnzimmer gelaufen. Ich spielte im Schlafzimmer und nicht im Wohnzimmer. War grade einer rauchend. Er spielt im Schlafzimmer, so, so. Nicht Daisy. Ist ja so einer. Und sowas soll uns die Flanke decken. Anale Grande, ey. Alles ist offen. Oh. Oh. Da gab's vor dem Update wenigstens noch gutes Loop. Vanessa. Wo genau guckst du eigentlich hin? Du hast nicht mal ne Waffe hinterhand bei mir. Ja, weil ich mit dem Visier gar nichts sehe. Schießt du? Hallo. Hallo. Du hast grade das Feld hinter Richtung Scheune dort. Also Hebe und ich loopen jetzt hier schon wie über, ne? Doch. Mittendrin. Ich hab halt leider keinen Kasselns-Problem mehr, ne? Ja. Das hab ich ja noch. Und auf der M4, hab ich so'n blödes Visier. So'n Rum-Rot-Problem hier und da seh ich total scheiße. Ach, dieses, ja, ja. Red Dot da. Ich find das total super. Aber ich bin eh so'n totaler Red Dot-Fan. Ne, also zum Snipern oder zum Gucken, das ist scheiße. Also so viel ist das gut, aber so ansonsten... Ja gut, Red Dot ist aber auch nicht zum Snipern, sondern für, äh... Close-Range. Oh, genau. Close-Quarter-Combat, ne? Danke, mich fiel's grad'n hier ein. So, mal gucken, ob er sich was bei der Polizei rumrollt. E-Q-C. Ich bin jetzt Polizei. Okay. Ihr seid in den Vivo drin, oder? Jo. Oh, ne Fackel. Yeah, ich mach's dir an und schmeiß' sie auf die Straße. Wir müssen auf uns aufmerksam machen. Daisy ist so geil. Es gibt Fackel. Ich hab' ihn vorhin so'n bisschen geärgert. Ich hätte mal die, die 5 Schuss mit der Leuchtmunition, die ich mitnehmen soll. Fingere Unlehrer. Handcuffs. RB herkommen. Ja. Punishment. Lass uns wieder spielen. Fick your punishment! Oh, äh, mal kurz gucken, so... Hab' ihr... ...ein... Der Vivo Basic, das ist alles von mir. Ja. Leute, hat jemand eine MP5. Hab' vorhin weggeschmissen. Ich hab' auch einer weggeschmissen. Ja, hier ist ein OEM-Budstock. Dunbatten. Woher weißt du eigentlich, dass ich keine Waffe in der Hand hab'? Weil ich dich sehe. Wo hochst du denn? Hahaha. Hahaha. Uh, Hunter-Jecke. Sprinken. Jetzt seh' ich dich nicht mehr. Hast dich umgelegt. Wer hat Lino umgelegt? Du hast dich umgelegt. Jetzt seh' ich dich wieder. Soll ich mal schießen? Wo bist du? Nein, wo ist sie denn? Da wirst du nicht. Fall-fall nicht. Vielen Dank.